Ja, herzlich willkommen zu einer Folge FischkopTV. Hier ist der Fischkop und wir spielen weiter. Sheltert. Wir haben hier die Familie Horstensen oder so, würde ich mich richtig erinnere. Erna, Hans, Joachim sind die Eltern und wir haben noch Mandy und Kevin, die hier als Kinder fungieren. Und wir haben schon viel erlebt, wir haben schon jemanden überwältigt. Diese Person tat mir auch ein bisschen leid, sie hieß Linda, war aber ein Mann. Und wir haben hier jetzt den zweiten Tag erreicht. Lass uns mal ins Tagebuch schauen. Ich lese vor. Wow, das war ziemlich krass. Diese Kerle wollten uns nicht abziehen lassen, also mussten wir ihnen die Waffen abnehmen und wegrennen. Das Ödland ist so ein verrückter Ort. Okay, zwei Sachen. Erstens, wir haben niemanden die Waffen abgenommen. Es waren noch nicht mal Kerle, also nicht mal mehrere. Klar, Linda war ein Kerl, ich sehe das ein, aber das hier ist völlig irreführend. Und ich finde es lustig, weil eine Google Translator Sache ist das ja hier nicht, ne? Hier steht, wow, das war ziemlich krass. Das muss jemand geschrieben haben, der Deutsch spricht. Finde ich gut. Gut, ähm, derjenige war aber anscheinend nicht da, als sie Tagebuch übersetzen wollten. Und jetzt haben wir sie halt hier Zeitschrift geschrieben. Ist okay. Gut, ähm, Mandy muss sich ausruhen. Die ist, die, die ist ultramüde. Die hat halt hier, äh, stundenlang den Wasserfilter irgendwie, äh, abgegradet. Und ich würde sagen, du bist noch relativ fit, oder ist Kevin fitter? Ne, Kevin muss duschen. Du gehst mal bitte duschen. Und du holst dir mal einen Anzug, Digga. Hans-Joachim. Und dann kannst du mal hier gleich den Wasserfilter reparieren, weil der ist gleich kaputt. Und wir brauchen halt Wasser, ne? Achso, ich hab dir noch gar nicht gesagt. Hier, äh, reparieren bitte. Zack, zack. Du gehst schon mal raus. So, was ist hier mit der Werkbank? Ist sie jetzt fertig? Ist sie jetzt fertig? Ja gut, dann können wir ja jetzt mal hier, ähm, Erna, dann können wir ja jetzt mal einen Kack-Kack-Kack-Kack-Eimer bauen, ne? Objekt fertigen. Achso, nee, wir können ja jetzt eine richtige Toilette machen. Guck mal hier. Pass mal auf, die bauen wir hier neben die Dusche. Sehr gut. Sehr gut. Ich achte jetzt im Moment noch nicht so auf die Rohstoffe. Das werden wir aber demnächst auch nochmal machen müssen. Ja. Wie, wie sieht's hier aus? Das Ding ist halb kaputt. Und Kraftstoff ist 1,3 von 2,0 drin. Ist okay. So, Kevin hat geduscht. Was ist das Nächste, was du haben möchtest? Du möchtest gerne kacken und du möchtest gerne schlafen. Ähm, Mandy muss halt noch ein bisschen pennen. Wer von euch war nochmal der oder diejenige, die, ähm, sehr tief schlafen? Ich glaub, das war Erna. Oder? Kann das sein? Ich, äh, erinnere mich nicht mehr. Das hier oben dauert sehr lange. Aber auch hier haben wir das Problem, dass der Kollege überall den gleichen Wert hat. Wir können das nicht so richtig abschätzen, was das jetzt bedeutet. Ähm, was man jetzt mehr braucht, damit das schneller geht. Vielleicht ist es ja auch gar nicht so, dass da irgendwas schneller geht, wenn man irgendwie einen schnelleren, äh, besseren Wert hat irgendwo, was... Aber natürlich sehr, sehr logisch wäre. Aber logisch, ähm, ist nicht mein Style. So. Ähm, du willst kacken? Dann geh kacken. Du? Musst du duschen? Nee. Musst du nicht. Du musst auch ein bisschen kacken. Alle anderen Werte sind okay. Können wir nochmal irgendwas bauen? Was wir jetzt hier vielleicht gebrauchen könnten? Ich würde ja wahnsinnig gerne nochmal einen Raum hier erweitern. Aber wir haben kein Zement. Können wir... Achso. Ich kann Zement machen. Geil. Okay, dann basteln wir jetzt Zement, ne? Was brauchen wir dafür? Habe ich jetzt nicht geguckt. Das ist das ein Let's Player nach ganz normalem Geschmack, ne? Hab überhaupt keine Ahnung. So, Tag 2 steht hier, aber Tag 3 ist schon. Komisch. Was ist das hier für ein... Ah, dann geht die Zeit schneller. Das möchte ich nicht. Aber das ist gut zu wissen, dass es geht. Kapazität des Wasserlagers erreicht. Gut zu wissen. So, was macht der Wohnwagen eigentlich? Fahrzeug überprüfen? Oh, das können wir ja gleich mal machen mit Hans-Joachim. Der ist ja eh oben, ne? Ne, wer ist jetzt... Ne, Erna! Hast du jetzt eigentlich... Ne, komm mal wieder runter hier! Erna! Hier kann man auf Minus drücken, dann hört sie auch mit der letzten Aktion. Ähm... Objekt fertigen. Wir haben jetzt... Wir haben jetzt... Wir bräuchten noch mehr Sand für mehr Kalk. Scheiße. Haben wir denn jetzt... Ne. Ah, shit. Okay, wir brauchen mehr Sand. Hatten wir nicht zwei Sand? Ne, wir haben anscheinend nur einen Sand gefunden. Das ist sehr ehrlich. Ey, 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 hey! Hans-Joachim! Bevor du hier... Bevor du hier... Oh, das muss er gar nicht machen. Der mit Benzin betriebene Wohnwagen kann für eine schnellere Fortbewegung auf Expeditionen eingesetzt werden. Bevor er wieder fahrtauglich ist, müssen alle Teile ausgetauscht werden. Oh, shit! Davon hatte ich ja noch gar keine Ahnung. O-okay. O-okay. Das merken wir uns mal. Was brauchen wir hier? Lichtmaschine, Reifen, Reifen, Autobatterie, Zündkerze, Verteiler, Reifen, Reifen, Kupplungsseil, Keil, Reifen, Anlasser. Das wird Wochen dauern. Äh, unter Umständen. Können wir mal hier, ähm, die Essensbox von dem Hund mal füllen? Danke sehr. So, Hans-Joachim, du kannst ruhig reinkommen. Du warst ja jetzt auch hart am Arbeiten draußen, ne? Du bist sehr, sehr müde. Gib doch mal den Anzug zurück. Ist noch jemand müder als Hans-Joachim? Ne, ne? Na, Kevin ist auch sehr müde, aber Kevin muss jetzt nicht schlafen. Kevin, so. Ähm, Mandy. Du musst duschen, hab ich gehört. Hattest du erst kacken können, ne? Ist egal. Oh, da oben ist jemand. Hallo? Hallo, was muss ich tun? Hallo? Ich kenn mich nicht aus. Ist mein erstes, äh, andere Menschenerlebnis. Oh, shit. Okay, Erna, wer hat am meisten Charisma hier? Du, Kevin, okay. Antworten. Hallo da drin. Braucht ihr zufällig irgendwas? Ich hab viel Zeit gefunden, das ich nicht mehr gebrauchen kann. Äh, ja, ja. Meine Objekte sind das hier und das sind deren Objekte. Oh, Sand. Ich möchte gerne Sand haben. Ein Sand reicht mir erst mal. Ähm, dafür müsste ich auch nur eine Sache weggeben. Und lass uns mal das Essen hier noch mitnehmen. Elf Sachen will sie jetzt dafür. Okay, was können wir hier dafür geben? Kunststoff. Ich weiß nicht, wie dringend wir Kunststoff brauchen. Ich bin auch so ein bisschen im Rausfinden, wie man hier was gebrauchen kann. Feuerzeug? Auch nicht schlecht. Wollen wir gleich mehr Sand mitnehmen? Für, für noch mehr Räume? Ja, ne? So, Antistrahlungstabletten. Oh, die sind aber wertvoll. Ne, die gehen wir nicht raus. Nylon? Okay. Und ne Feder vielleicht? Zwei Stück? Jo, geil. Handeln. Los geht's. Jemand ist an der Tür. Es könnte eine Händler mit nützlichen Waren sein. Ich weiß. Ich war schon länger... Oh, shit. Unser Sauerstofffilter ist im Arsch. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Okay, Erna. Du bist doch ziemlich fit, ne? Oh, nee. Eigentlich überhaupt nicht. Du musst mal kangen. Oh, nein. Geh doch mal kangen. Sag das doch. So, Kevin. Du bist fit, ne? Du musst halt pennen. Äh. Wie? Ach, da ist noch jemand an der Tür? Nee. Was ist denn los? Das hier ist das Problem, ne? Okay, Kevin. Ich glaub, du musst leider... Es tut mir leid. Achso. Was ist denn jetzt mit dir? Warst du nicht... Ach, nee. Nicht duschen. Oh, oh. Das war knapp. Ähm. Okay. Also, Erna. Geh du mal da hin. Mandy. Du gehst jetzt kacken. Oh, es ist so aufregend. Hier, dann geh du mal jetzt was trinken. Du hast... Du hast sehr viel Durst. Und du... Hast auch Durst. Wieso haben wir plötzlich alle Durst? Komm hier rüber, Kevin. Komm hier rüber. Geht er automatisch jetzt was trinken, wenn er wieder frei ist? Was denn? Achso, Anzug. Nee. Lass das mal. Geh mal erst mal hier... Geh mal erst mal hier Wasser trinken. Und eigentlich kann Erna jetzt sich mal... Eigentlich kann Erna mal jetzt mal rauf gehen. Komm. Hol dir mal einen Anzug. Oh, hier sind alle müde. Deswegen wollen wir noch einen Raum bauen. Dann wollen wir ein Bett reintun. Das ist im Moment der Plan. Im Moment ist das mein Plan. So, du gehst mal hier reparieren, bitte. Wir brauchen nämlich den Schüssel. Und wir haben hier schon wieder was Neues drin. Tag 3. Ich lese vor. Unser Leben ist hart. Aber unser heutiger Besuch sagte, mit einem Buch kann man am besten entspannen. Für die Kinder ist das bestimmt langweilig. Ihnen ist Spielzeug lieber. Also eigentlich sind Kevin und Mandy ja total ihrer Zeit voraus, ne? Aber gut, anscheinend haben wir richtigen Teile, um unser System zu verbessern. Ja, ja. Wir wollen unser System auch verbessern. Hier haben wir ja schon verbessert. Hier muss erst nochmal repariert werden. Danach können wir da immer noch verbessern. Und wenn du hier schon so rumjaulst... Wobei... Warte mal. Könnten wir mal langsam... Könntest du mal wieder aufstehen, bitte? Hans-Joachim. Wenn du mal... Ähm... Du willst ja eh jetzt gerne kacken, ne? Dann geh du nochmal kacken. Hören wir mal mit dem Schlafen auf. Ach, du hast ja da auch noch. So, Wasser trinken. Ähm... Du möchtest gerne pennen, ne? Jo, Kevin. Du darfst jetzt auch pennen. So, Hans-Joachim. Was willst du noch? Du... Ja, genau. Kacken. Okay. Und Mandy? Mandy geht jetzt was trinken. Oh, es regnet. Sehr gut. Kriegen wir neues Wasser. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr angenehm. Oh, das geht ja hier gut voran, ne? Anna, das machst du sehr, sehr gut. Nee, nee, du. Geh wieder weg. Geh weg. Du, nee. Okay, Mandy. Ähm... Könntest du mal bitte... Um den Weg fertigen? Wir haben ja jetzt eigentlich... Sehe ich das richtig, dass wir genug Zement haben? Nee, wir müssen nochmal ein Zement machen. Und dann können wir nämlich hier den Raum erweitern. Und dann machen wir nochmal einen Bettraum. Dann können die Leute mal irgendwie parallel schlafen. Ich glaube, das ist ganz gut. Das ist bisher so meine Überlegung. Auch mit dem richtigen Bett, weil dann kann man besser Sachen machen. So, äh, was war jetzt die Dusche? Das hier. Die Dusche, Digga. Hat der Hund noch was zu essen? Fressnapf ist leer. Na gut, jetzt sind aber alle beschäftigt. Jetzt kann niemand dem Hund was zu essen geben. Ist doch... Aber das ist erstmal okay, oder? Können wir jetzt erstmal mit leben? Jo. Beantworte ich mir mal selber die Frage. Äh, Erna ist gleich fertig? Erna, du... Oh, die sind schon wieder so hart erschöpft. Wenn die da oben sind, sind die immer so schnell erschöpft. Das geht mir auf den Sack. Ich mach dir auf. Wir haben bald ein zweites Bett. Alles gut. Ist okay. Gib du erstmal hier den Anzug zurück. Zack. Was willst du denn? Was ist denn die Tätigkeit, die du da machen wolltest? Gib mal den Anzug hier zurück. Okay. Manny, was ist los? Du willst weiterarbeiten? Sehr gut. Objekt fertigen. Raum. Bam. Geil. Okay. Also die arbeitet da jetzt mit der Spitzhacke. Das finde ich sehr, sehr gut. Alter, Kevin. Kevin, äh, lenzt sich da ein, ne? Das muss jetzt erstmal reichen. Du kannst jetzt erstmal was essen. Du merken. So, du kannst jetzt mal schlafen gehen. Und Hans-Joachim hatte ja ganz gute Werte überall, ne? Also ganz so mittelmäßige Werte. Weil da kommt, glaube ich, jemand... Na, doch nicht. Ist vorbeigelaufen. Alles gut. Äh, Manny ist hier am Arbeiten. Können wir noch... Können wir vielleicht eine Falle bauen? Das wäre für mich nochmal ein Fallstrick. Diese praxisbewährte Falle ist beim Fangen von Wild nützlich. Sammle die gefangenen Tiere ein und lagere sie als Rationen. Das finde ich sehr, sehr gut. Aber wir bräuchten dafür ein Seil. Können wir irgendwie Seile fertigen? Können wir hier irgendwie... Können wir... Was ist das hier? Bescheidener Fallstrick. Eine ziemlich effiziente Tierfalle. Durch diese Falle kann eine gute Anzahl von Rationen aus dem gefangenen Tier erhalten werden. Ja, das ist gut. Aber da brauchen wir immer noch Seil, ne? Wir müssen mal wieder... Wir müssen mal wieder Leute auf Expeditionen schicken. Ähm, das Problem ist... Was heißt Problem? Das ist kein Problem. Ich würde gerne... Was ich gerne machen würde... Wo baut man denn... Man kann doch hier irgendwie eine Umhängetasche bauen, ne? Schutzweste ist auch nicht schlecht. Aber ich würde gerne das hier. Oh, da brauchen wir Leder. Und Nylon. Wir haben Nylon weggegeben. Scheiße. Okay, was heißt das? Was heißt das für uns? Kevin, bist du einigermaßen fit? Ja, ihr seid beide fit. Das finde ich sehr, sehr gut. Denn, äh... Dann müssen wir jetzt hier nochmal eine neue Expedition ausrüsten. Hans, Joachim. Und... Der harte Kevin. Der harte Kevin. Los geht's. Hallo, wo sind wir denn hier? Okay. Also, ihr geht bitte hier bis zum Bauernhof. Und dann geht hier noch ein Stück. Und... Noch ein ordentliches Stück. Um zu gucken, was da um uns herum ist. Weil ich glaube, wir... Ja, um weiterzukommen, brauchen wir halt den Wohnwagen, ne? Wir müssen erstmal gucken. 15 Rationen Wasser. Ist okay. Ist völlig okay. Wir haben 30. Bestätigen. Und... Wir tun mal hier wieder ein Rohr rein. Und... Eine Maske. Kann man die Masken irgendwie selber machen? Nächste Person. Ruhe. Maske. Gruppe senden. Ja, ich... Ja, ich bin... Ich bin mir sehr, sehr sicher. Ähm. Jetzt habe ich hier irgendwas gedrückt, was ich nicht drücken wollte. So. Ihr macht das schon. Äh... Mandy ist da hart am Ackern. Die macht hier einfach mal... Die macht hier einfach mal mal so einen Platz. Das finde ich gut. Die kleine Mandy. Die weiß schon umzugeben in der Pickaxe. So, wir haben hier nur noch 0,7 von 2,0 Kraftstoff drin. Das macht mir auch ein bisschen Sorgen. Und Erna ist halt hart am Pennen, ne? Wir können ja nichts machen. Äh, Erna? Kann ich dich... Ah, ja. Okay. Ja, und du bist sehr, sehr müde. Das, ähm... Das macht mich traurig, Erna. Wir müssen hier... Wir müssen hier Sachen updaten und so. Das ist alles ein bisschen ärgerlich. Übertragung annehmen. Bauernhof entdeckt. Ja, guck dich mal um, bitte. Da kommt wahrscheinlich jetzt gleich der nächste Funkspruch rein. So, wie ich die Jungs kenne. Ja, hallo? Was sagt der Geigerzähler? Alles gut. Was sagt die Zeitschrift? Immer noch Tag 4. Okay. Äh, ja. Oh, oh, sehr gut. Das sieht gut aus. Mandy, ich mag dich gerne. So, äh, kleiner Bauernhof auf jemanden gestoßen. Ja, wollen wir ansprechen, die Jungs und Mädels, ne? Kleiner Bauernhof. Oh, hallo. Rebecca. Hey, du. Warte mal. Ähm... Wir könnten sie wieder verprügeln. Ich glaube, wir haben die besten Voraussetzungen dafür. Ähm... Das kostet uns auch nichts, wenn wir... Wenn wir dann ihre Sachen haben. Oh, oh, shit. Oh, shit. Block. Okay. D, 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 d. Angriff. Überwältigen. Bam. Hi, 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 hi. Wollen wir eine Waffe haben, oder was? Oh, Seil. Sehr gut. Und Sprit. Beschädigen. Immer mit. Alles klar. Oh, Hans-Joachim steigt hart auf. Finde ich sehr, sehr gut. kein Trauma, weil wir wahrscheinlich nicht töten, ne? Und weil keine Kollegen von uns gestorben sind. Das finde ich gut. Ja, bitte untersuchen. Okay, wir haben Essen. Wir haben Kalk. Wir haben Holz. Zement. Perfekt. Richtig geil. Ähm, wir können... Ich meine, wir haben ja Platz, ne? Wir können solche Sachen mitnehmen. Wir können sogar alles mitnehmen und dann immer noch Sachen ablegen, falls wir noch viel nützlicheres Zeug finden sollten. Mandy ist sehr, sehr müde. Keine Angst, Mandy. Wir bauen hier gleich noch ein Bett rein. Wir bauen hier gleich noch ein Bett rein. Dekonstruieren kann man auch. Das ist sehr, sehr gut zu wissen. Weil wir ja eventuell dann auch Sachen abreißen, um dann zum Beispiel... Ich meine, hier könnte man ja so eine Schlafraumgeschichte machen. Hier könnte man so eine Badezimmergeschichte machen, wo man Dusche und so reinmacht. Oh, sehr gut. Oh, sehr gut. Dann kann Erna jetzt ja eigentlich mal aufstehen. Du kannst hier mal pennen gehen. Was ist das? Was hast du denn vor? Genau. Und du baust mal bitte... Du baust mal bitte ein Bett. Da haben wir auch alles für. Habt ihr gesehen, ne? Wollen wir noch mal gucken? Lass uns mal gucken, was wir da jetzt dafür brauchen. Objekt fertigen. Also, für ein Bett braucht man Federn, Wolle, Holz und Nägel. Nägel gehen uns langsam aus. Das, äh, hab ich eben ein bisschen spät bemerkt. Lass uns mal hier so ein bisschen am Rand bauen. Dass wir eventuell hier noch was hinbauen können, ne? Wir wollen ja Platz sparen. Es ist ja nun nicht sehr groß hier. Ne? So, danach kannst du auch was essen. Für mich ist das total in Ordnung. Oh, solange hier Mandy noch ein bisschen pennt. Ähm, und wir könnten auch noch mal dem Hund was zu essen geben eigentlich, ne? Sonst wär der böse. Wär der böse... Frisst er uns sonst auf? Das wär lustig. Hihihihi. Hihihihi. Okay. Und wir müssen ja auch gleich mal nochmal auftanken, ne? Wobei, das geht eigentlich. Es ist... Es ist noch alles im grünen Bereich. Es ist noch alles im sehr, sehr grünen Bereich. Anna lässt sich ein bisschen Zeit. Das ist total okay für mich. Wir können halt so lange nichts machen. Aber der Geigerzähler ist auf unserer Seite. Kein Funkspruch von den Jungs. Ich hab... Ich mach mir langsam Sorgen. So, Anna ist fertig. Dann einmal den Fressnapf füllen, bitte. Und dann würde ich mal Mandy hier kurz wecken. Und hier mal reinschicken. Ich glaub, dann ist sie schneller unterwegs. So, die Jungs sind wieder da. Sehr, sehr gut. Der Fressnapf ist gefüllt. Was willst du? Du willst was essen. Automatisierte Bewohner des Schutzraums kümmern sich selbst um ihre Bedürfnisse. Bezüglich Hunger, Durst, solide Müdigkeit und Hygiene. Ja. Wissen wir ja schon. Aber bis jetzt will ich davon noch nicht Gebrauch nehmen haben. Okay. Also wir haben noch einen Nagel. Sehr gut. Mehr Gaffer. Gaffer ist sehr, sehr wichtig. Wir haben Zement. Wir könnten noch einen Raum, glaube ich mal, langsam... Dein Wassertank ist voll und kann kein Wasser mehr aufnehmen, Alter. Ganz toll hier. Kann ich nicht da reintun? Ich hasse euch. Wassertank ist voll. Okay. Ähm... Wir bestätigen. Und finden das erstmal gut. So. Oh Gott. Das ist ja... Das geht ja überhaupt nicht viel schneller hier. Na, scheiße. Kriege ich dir erstmal was snacken? Wir haben auch gar nicht mehr so viel Essen, oder? Naja, doch. 11 von 20 ist okay. Kevin will pennen. Dann soll Kevin sich mal hier Penn legen. Du hast nur Hunger im Moment. Ach, ihr seid beide total fit. Das finde ich sehr, sehr gut. Dann, wenn du hier aufgegessen hast... Naja, so fit bist du auch nicht, ne? Ähm... Was könntest du denn mal machen? Du könntest mal hier... Könntest mal hier, äh... Kraftstoff hinzufügen. Erna könnte mal hier aufrüsten, bitte. Und zwar erhöht die Geschwindigkeit mit der Strahlung aus dem Schutzraum entfernt wird. Oh, 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 oh. Warte mal. Nee, 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 nee. Warte mal. Erstmal hier einen Anzug nehmen, ne? Und dann aufrüsten. Okay. Tür geht schon mal auf. Und, ähm... Alles klar. Dann würde ich sagen, äh, war es das hier schon mal um in der zweiten Folge? Ähm, ich hatte sehr viel Spaß. Wir haben schon mal ein paar Sachen geschafft. Äh, hier ist irgendwas los. Was ist... Warum ist hier ein Ausrufezeichen? Scheint Probleme... Generator scheint Probleme zu haben. Oh, shit. Ja, dann gehen doch reparieren, du Necken. Okay. Und damit endet die zweite Folge, äh, von Sheltert. Äh, ich hoffe, es macht euch auch so viel Spaß wie mir. Und, ähm, ihr seid auch so gespannt, was wir hier noch alles erleben werden. Ich bin es nämlich sehr, sehr. Und dann sehen wir uns doch in der nächsten Folge. Das war ja Fischkopf. Bis dann und... Tschüss. Tschüss.